Hallo liebe Leute, ihr kennt mich, ich bin Jonny Kirsch, der Let's Player eigentlich, aber heute ist mal ein anderes Video dran. Heute ist ein Video dran, in dem ich mich bei meinem Besten vom Bär Karl entschuldige dafür, dass ich ihn versetzt habe. Ich hatte noch nicht mal viel Zeit, ihn abzusagen, das tut mir sehr leid, Karl. Das heißt, wenn du dieses Video siehst, ich habe auch viel geweint deswegen. Und es tut mir echt leid, dass ich dich versetzt habe. Ich wollte das eigentlich nicht, ich wollte eigentlich zu der Geburtstagsparty kommen, aber ich wusste nicht mehr wie. Ich habe sogar in den Abend noch Leute gefragt, ob die nach da hinfahren oder so, ob sie mich mitnehmen können. Ich wusste einfach nicht mehr, dann kam noch dieser ganze Stress dazwischen. Den weißt du ja, den muss ich jetzt nicht in diesem Video erzählen. Okay, ich erzähle ihn doch in diesem Video. Ich hatte den Verdacht, dass meine Freundin schwanger hat. Und da war so viel Stress und da konnte ich einfach nicht mehr. Ich war vernichtet im Kopf irgendwie, aber es fiel mir schwer, dir abzusagen, weil ich, du bist mein bester Freund und ich wollte dir eigentlich nicht absagen, ich wollte auch zu deiner Geburtstagsparty kommen. Ich habe das auch eigentlich alles durchgeplant mit meiner Freundin, die gerade filmt. Und auf jeden Fall tut es mir sehr leid, Karl. Ich hoffe, du siehst dir das Video an. Ich habe dich lieb, Karl. Ich habe dich lieb, Karl.